Morgon, Leute! Was geht? Was geht? Was geht? Oh, was ist denn hier los, Alter? Die geht ja richtig ab. Druck die Gegner. Warum nicht so zimperlich hier? Schön rallen. Das. Ups. Ach, scheiße, von anderen Seiten. Stellung verloren. Das ist doch scheiße so. Jo. Boah, Leute, Alter! Wo seid ihr, Jungs? Was soll denn das? Wie sieht es denn aus? Sieht es scheiße aus. Sieht es gekotzt nach. Wo ist die nächste Stellung? Ist da. Oh. Stellung gesichert. Komm, 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 lad nach. Komm bestimmt von der Seite. Scheiße, wieder diese Kackgranaten. Ich weiß ja was. Dankeschön. Nice. Die Stellung. Rein ins Vergnügen. Komm, lad nach. Wir haben die Führung. So gefällt mir das. Kommt der Manager? Ne. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Das ist doch kacke. Leute, macht die Kack. Ach, scheiße. Mann, ist doch scheiße so. Ich hab Nase gejuckt. Stellung wird... War da nicht jemand gelaufen? Nö. Stellung wird umkämpft. Stellung wird umkämpft. Was ist los mit denen? Komm. Oh, das ist scheiße. Das ist zu... too much. Kommt der von dir? Ey. Komm mal her. Oh, das. Wie hat das gemacht? Oh, das ist krass. Mit der Armbrust? Boah, das ist krass. Die zieht alles gleich einmal an. Ach, scheiße. Echt nicht doch. Ja, komm mal. Was? Alter, nein. Das kann doch nicht sein, Junge. Das ist doch... So lächerlich. Na komm, Junge. Hier. Ich zeig dir meinen... Doppelfinger, Alter. So lächerlich, Alter. Hier. Komm, Alter. Geh nach Hause. Lass mich in Ruhe. Die ganze Zeit campen hier, Alter. So, bitte. Kann ich nicht nehmen? Kann ich nicht nehmen? Ah, das haben wir geklaut, dass da jemand... Komm her. Ja, so muss das sein. Scheiße, ach komm. Das sind so ein scheiß Senktex, Alter. Übers wenig Punkte sehe ich gerade. Das ist ein Dahlungs. Muss ich aber entern. Wiedersehen. Boah, das kann nicht sein, Alter. Komm, bin jetzt hier rein. Ja. Jawoll. So muss das sein. Der Kassiker. Kommt hier hin. Ja, das schmeckt mir. Ja, ich da bitte. Oh, oh. Ah, okay. Ich seh immer Angst in deiner Granate. Ich seh, dann weiß ich nicht, ob das nun lebt. Guck mal. Meister Lampe. Oh. Junge. Oh. Wo kommt denn der her? Ja, ist rein. Da war ich nicht gut geschossen. Keine Ahnung, Leute. Ich dachte, da war einer von der Seite. Uah. Da hätte ich einen Fehler gemacht. Ey. Ich seh nichts. Ähm. Stellung lokalisieren. Warte, habe die Stellung erobert. Ja, da mit einer scheiß Bogenschkacke. Voll allzu oldschool da. Komm jetzt von der Seite. Hundertprozentig. Oh, wir kommen wieder von der hier. Ach komm. Wegen so'n Fiestchen, Alter. Was hier herrscht denn? Da würde ich warten. Nee. Wiedersehen. Ciao. Ich seh ihn nicht. Ah. Hör, wie er das gemacht? Ah. Scheiße. Richtig, richtig nice. Richtig nice. Richtig nice gemacht. Keine Tür. Komm. Wie liegt das ein hier? Ja. Komm die von da. Nicht tot. Alter. Ach guck mal. Es kommt von der anderen Seite wieder. Aha. Das ist jetzt nicht. Okay. Auf die nächste Stelle. Hier sind keine. Auf Wiedersehen. Tschüss. Komm. Geh nach Hause. Was ist denn da? Pechke. Ah. Wie sieht's drüben aus? Da hat's schon mal raus. Pam. Den jetzt wegge... Och. Was hab ich denn da wieder gemacht? Diese Frage kann ich mir leider nicht beantworten. Weil ich selber nicht weiß. Keine Ahnung. Ach komm, Junge. Das war doch scheiße, ey. Ach komm, Junge. Das war doch scheiße, ey. Uff. Hier. Ich mag meine Wunden, please. Guck. Tschau. Mach Tschau mit V. Oh. 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 Das war gut gemacht. Was war ich da? Das ist aber ein Dache. Ja. Der hat mich vor 97. Was? Ah. Diese Kack. Ich kämpf, Alter. Ich geh mir auf den Zünder. Ich kämpf, Alter. Ich kämpf jetzt da. Ich bin in welchem Abitur. Hey. Ich weiß, was war ich da? Oh, was? Dieser Dreckstyp geht mir auf den Sack, Alter. Was für ein Kacktyp, Alter. Schieß dich jetzt runter, Alter. Wenn der da noch steht, Alter. Gibt mir richtig eine Mappe voll, Alter. Das ist mir jetzt scheiße, glaube ich so sterbe. Oder ist er noch hier oben? Achtung! Spitz dabei! Nö, jetzt! Boah, ich bin jetzt... Ist er noch hier? Nö. Ah! Du bist ein Drecks, Alter. Ja, du bist richtig... Feinschmecker vom allerfeinsten. Komm. Ja, weg, Wara. Ach, guck mal. Ja, so läuft das. Aua. Ist das nicht da? Da geht's echt. Da geht's echt. Also, jetzt krieg ich echt Herzkrass. Meine Städterbekläge. Und... Ah, nice. Ja, hey, hey, hey. Oh, boah. Ich heiße Feuerchen. Hey. Ja, kommst du, wenn wir... Wir verlieren den Vorteil. Wir verlieren den Vorteil. Tschüss. Mach's gut. Hau rein. Bis zum nächsten. Stellung verloren. Was? Wir verlieren den. Komm, Alter. Du mit deiner Kacke. Das ist ja... Das ist schon mal der Nächsten. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein, nein. Ich steh mich jetzt. Ach, komm, Alter. Hier. Zeig den Finger, Alter. Komm. Komm, 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 komm. Der ist daneben. Die Stellung gesichert. Ach, scheiße. Ach, Mann, ey. Das ist doch ätzend. Das ist so ätzend. Wir haben die Stellung verloren. Komm, runter. Ah. Granat, Alter. Das ist bei sowas. Das kann er auch machen. Nicht kaputt. Ja, nice. Das ist fair. Komm, komm, komm. Die Stellung verloren. Oh, nein. Der Panzer seitlich. Ich muss schnell füllen. Weg mir. Oh, das ist so. Schön. Schön. Das ist scheiße bei Call of Duty. Das ist immer noch diese Kinderkannheit. Du wirst gebrochen. Erstehen im Gegenteil. Du kannst nichts machen. Du kannst... So schnell reagieren kannst du nicht. Stellung wurde gesichert. Ja. Die Stellung wurde gesichert. Die Stellung wurde gesichert. Die Stellung wurde gesichert. Tschüss. Ja. Verdammt nochmal. Wir fallen zurück. Alter. So, bitte. Jawoll. Hier, schmeckt mir. Jawoll. Komm. Ach wann, Alter. Ist doch ungerecht. Ach Mensch. Das ist doch scheiße. Oh. Ich muss ihn mal ganz schnell weg. Ja. Mach mal einen kleinen Daher ein. Ja. Stellung. Da hat er einen Raketenwerfer. Meine Herren. Das ist ja wie... Wie Toneranschießen. Jawoll. So kann ich... So schnell kannst du gar nicht schießen, Alter. So schnell. Jawoll. Respekt. Da war's doch. Das ist doch so ätzendlich. Ich muss noch Kopfschmerzen, Alter. Du weißt. Ja, das ist... Manchmal mit der Waffe mit dem Visier ist es ein bisschen besser. Aber... Hast du halt... Kann ich halt einfach überhaupt... Ja. Ich werde mich einfach mal ducken, hier. In der Maulung. Das ist schon im Arsch, Alter. Ja. So schmeckt mir das. Heilung. Komm jetzt. Rein an die Stelle. Rein. Eher nichts. Oh. Das war jetzt aber Glück. Oh, das war jetzt... Das war wieder nichts. Glück ist mal klar verstanden als... Was? Nein. Egal. Aber trotzdem punktmäßig... Okay, wir haben hier fast alles alleine gemacht. Die Herren... Wir waren sogar unterwegs. Die Männer... Das ist mal klar. Ich hab dich mal verstanden... Wie gesagt... Das ist ein bisschen...